So, guten Morgen, willkommen zurück zu Hurricane. Ja, ich hab's. Hallo. Was ist denn? Nein, was war denn das? Längelig so gespielt? Was ist denn? Achso, ich hänge an meiner Taste hier, das ist ja kein anderes. Alles Spiel fortsetzen. Stage 2, yeah. Ich hab, wow. War ich wirklich erst in Runde 2? Hi. Okay. Ich bin also schon sehr weit gekommen. Ich muss hier kurz mal meinen Sound anpassen, während hier die Zeit einfach mal so läuft. So, ich hab keine Ahnung mehr, wo hier irgendwas ist und wie hier irgendwas geht. Aha. Aber zum Glück habe ich ein übermenschliches Reaktionsvermögen. Äh, das war so gar nicht. Ja, die sagte übermenschlich. Mich kann man de facto gar nicht stoppen. Also, äh, ist de facto unmöglich, mich in irgendeiner Weise aufzuhalten. Schon gar nicht mit Raketen, die auf mich zufliegen und mich töten können. Es ist noch faktisch unmöglicher, mich in irgendeiner Weise zu töten. Oh Gott. Ich bin so super gerade schon. Äh, ja. Wie ging denn dieses Rad wieder? Und so ging das. Und ich hab keine Chance. Ich bin einfach übermäßig mächtig. Ich bin... schon so gut, ähm... Fast schon ein bisschen, also wie gesagt, ne? Keine Ahnung mehr, wo irgendwas ist. Ach nein, die Dinger erinnern mich. Wow. Ah, kann man mal Power Apps hier. Geht bitte mal sterben. Ja. Läuft doch toll. So überhaupt nicht. So ist super überhaupt nicht. Jetzt hab ich irgendwas tolles verpasst. Naja, natürlich. Immer weiter schießen, nur nicht aufhören. Ich darf nur nie aufhören zu schießen. Dann wird alles gut. Hoffe ich. Ich treffe irgendwas. Nicht das, was ich will. Das ist leicht ungünstig. Ich hasse euch alle. Geh, wach, voll. Aha, nicht getroffen. Ist voll schlichtig. Stinkst voll. Ha! Mich abgeh mal nicht. Ich abgeh. Das ist immer eine gute Idee. in den Raketenrein zu springen. Hey, Susu. Wirst du nicht mal meine Rakete sehen? Sehen. Ja. Also fast hätte ich das Spiel durchgespielt. Fast. Ja, doch. Dein Na, Moin. Ach ja, richtig. Groß- und Kleinstreifen gibt's hier ja nicht. Mhm. War schon mal besser. Ja, schön. Äh, altes Spiel fortsetzen, bitte. Neue Spielstart. Warum soll ich ein neues Spiel starten wollen? Ich bin doch so gut. Äh, nein. Äh, komm, lacht gleich wieder hier. Spiel starten. Hab ich jetzt auch schon mal gespielt, sodass ich mal eine neue CPU letztes Jahr gekauft hab? So, wir gucken mal. Ach, Gott. Was? Wieso würde ich da beschädigt? Das ist ja aber volleres. Das müsste ich hier schon wieder. Ein. Manchmal hängt es einfach und ich weiß nicht, warum. Nein. Ja, komm. Ach, komm. Wir fangen das gleich noch mal an. Man kann ja zum Glück hier regelmäßig speichern. Warum hängst du manchmal einfach? Aber wenn ich das Ding berühre, nehme ich auch Schaden. Okay. Auch wenn ich es oben berühre. Komm. Geh, sterben. Das hängt manchmal einfach nicht. Ich kann mir nicht erklären, warum. Sonst kommen wir gleich wieder in die Rakete. Ha! Hab ich voll weggemäht, die Rakete. Was? Weck mich! Ha! Geht doch mal weg. Hab ich gar nichts getan. Ich will euch nur alle töten. Kein Grund, gleich so aggressiv zu werden. Kein Grund, geht weg, geht weg. Vollgas, weiterfeuern. Immer Vollgas. Sieh, wir im Auto fahren. Man darf nie vom Gas runtergehen. Alles gut. Und tschüss. Tschüss. Und geht weg. Hier oben überhaupt. Oh, ach, das ist da oben. Ah, wieder voller Energie. Hab ich schon erwähnt? Ach, das hab ich, glaube ich, schon früher immer schon erwähnt. Das ist manchmal einfach hackt. Boah, da komm ich nie rein. Das klingt, dass du es gar nicht erst. Wieder Optimist. Und weg. Kann ich auch irgendwie schräg feuern. Treffe ich das Ding irgendwie. Oh, das ist eine Kanone. Ja, fast richtig. Ha! Hast du dir so gedacht, du kleines Müllding? Aber ich kann mich nicht stoppen. Ich bin so unstoppable. Ich bin so unglaublich. Ich geh da voll ab, Mann. Ich geh da voll gut. Noch höher da. Ja, ach, schön. So muss es immer sein. So, mal kurz gucken. Ich hoffe nicht, dass ich hier gleich irgendwo reinlaufe, wo es dann heißt, Oh, bist du? Yeah. 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 Geht voll ab jetzt. Und Shield. Und sowieso alles. Und gleichzeitig. Ha! Das ist mir so gedacht, hä? Dass ich dich sehe, du. Unbedeutendes Stück. Nichts. Ja, ich habe ja ein Shield. Ich bin natürlich nicht sicher, wie gut das Shield ist. Gegen dieses Ding. Ja, geh schön brav weg. Ich bin mich viel besser, als du jemals sein könntest. Und ich schieße einfach weit. Einfach weit. Und auch nicht die Rakete, die mit einem Schlag schüttet. Da wäre ich sehr verbunden. Ich bin einfach zu gut drauf für euch. Ui. Uiuiui. Ich habe jetzt nicht alles, was ich wollte. Ich gehe mal weg, schön, Jungs. Ich darf nur nicht aufhören zu schießen. Und tschüss. Ha! Ich abgeh. Oh, scheiße. Das war unfair. Der zählt nicht. Oh, haha. Komm, weg, 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 weg. Okay, vorsichtig. Oh, man, das war auch... Nee, wie ist diese Stacheldinger? Ich erinnere mich. Geh auch gar nicht auf die März mit der Zeit, wenn ich so zwei Milliarden mal schieße. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich das da oben kriegen soll. Das könnte auch ein wenig anspruchsvoll werden. Bisschen anspruchsvoll? Ah, ich habe es getötet. Ich habe es gesehen, wie ich es getötet habe. Ich habe es einfach nur weggemäht. Ich habe es einfach so. Und weg war es. Nein! Ach, jetzt hast du es gesehen. Ja, ich habe auch Bälle. Aber ich glaube, es ist mal hier, glaube ich. Hörst, wie kommst du denn da raus? Ich habe Maximum Balls. Mein Gott, Balls aus Stil. Muss man anders auszudrücken, höhle. Mist. Geht ja mal sterben, Jungs. Da muss ich alle leider töten. Dich da oben, kriege ich auch noch tot. Ja, der war sehr schön, ich weiß. Danke. Und tschüss. Tschüss. Boah, geh doch weg. Wo kommt ihr überhaupt alle her? Bestimmt verboten, dass ihr hier seid. Ich habe da einwillen zur Genehmigung. Ich habe bestimmt illegal eingereist, da. Äh, Amerikaner, ja. Niemand will Amerikaner in seinem Land haben. So, was war denn da noch? Ein super Speed Up! Geh weg. Ich glaube, dass sie ein super Speed Up will nicht haben. Und tschüss. Und tschüss. Und ich treffe ihn nicht. Noch nicht. Jetzt schon. Ach. Oh, ich habe das Leben eingesammelt. Ich bin so gut. Und wie komme ich jetzt oben hin? Äh, mit Bomben wahrscheinlich, ne? Gar nicht. Ich könnte es jetzt natürlich nur stundenlang probieren, aber so wie ich meine Fähigkeiten in diesem Baldingens kenne, ähm, wird es nichts werden. Jetzt haben wir schnell hier alles ein und gucken wir nach unten. Gucken wir nach unten. Ja, Power. Ja, Power. Power, Power. Oh Gott. Äh, stille fest. Bälle sind vielleicht ganz witzig, wenn ich hier einfach nach oben schieße. Und ich habe ja hier Maximum Bounce. Ich habe richtig Bälle, Mann. Hilfe. Hilfe. Bälle. Bälle. Ich sehe, ach so, da unten hat er eine Anzeige. so funktioniert es ganz gut glaube ich hoffe ich mal doch weg ja ja nein 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 das lassen wir mal schön so schießen hier nicht auf dem motorpaketen irgendwann mit instant töten ich weiß mich noch so was erinnern man muss getötet und ich habe noch ganz viel zeit dass wir das hier noch das kommt diese nervigen blumen ich hab balls i got balls auf naja schimmel wie es aussieht so macht man das ich hab balls balls damit nur nicht die schießen zwei kilometer rüber nach klar wo aber keine eine hohe für unverwundbarkeit so sind jetzt nicht schon mal los das machen wir einfach so es wird noch echt übel weiß auch nicht wie lange strecke noch ist also weißt du baby power so richtig power ich hab mich mit energy drink getrunken weißt du im ganzen ich bin nämlich ein echter mann und da trinkt man ganze in den drängen und jetzt ist schlecht durch irgendeine großen raketenwaffe abfeuern so was haben wir da unten noch so fischi 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 oh das ding hab ich ja gar nicht gesehen boah ja komm lass mich loslaufen was auch nee oder wie schnell geht das runter super super wo platz 8 toll ach keine großen kleinschreibung kommt doch mal also auf ein neues das hättest du gerne was das andere ging schon wenig schnell runter habe ich das Gefühl gehabt primitives gerät ich glaube es wirklich könnte mich stoppen wenn ja dann hat es gar nicht mehr so unrecht und das oben holen wir uns nicht das ist mehr ich habe mich wieder gar nicht mehr gedacht weg weg einfach ausweichen perfekt was wollt ihr überhaupt hier kampf was auch immer ihr seid die primitiven dinger hier ich glaube sie wirklich könnten wir auf lange Sicht stoppen ich habe schon viel härteres spiel gewonnen oh man egal ich habe noch vier leben alles ist gut alles ist noch gut wie lange noch alles gut ist ist wieder eine andere sache aber noch ist alles gut ja schießt du nur durch weiter du stirbst bitte wie komme ich denn da rein überhaupt kommen wir mal weg hier ich war genau die taste die ich nicht drücken wollte naja der steuer exit ja genau was ach leck mich ja ich denke immer wieder die falsche immer wieder aus neuer aber ist immer wieder unlustig ich werde es dann auch wie die hier runter springen einfach da boah ich brauche ab bei dem ständigen schussgeräusch ich meine ernsthaft das geht einfach voll auf die nerven ich weiß gar nicht wie ich so ein scheiß anschauen kann ja wir schießen alles mal platt mit unseren extra breiten schüssen ich habe die balls verpasst und nein konnte das nur passieren ich habe schon wieder die falsche taste gedrückt ich glaube es nicht ich habe mir das nie merken glaube ich oben nicht rechts hey ich habe es mir gemerkt ich bin so gut und tschüss wow böse rakete böse miets böse miets ein dummer stein das ist zwei steuern nein das ist ein steuer was ach komm ich hasse es ständig fällt irgendwas runter und rüber und hin und her mal einmal komm schon so ach das gesehen ich bin einfach weg im mädchen ja wie das doch wieder weg im mädchen werde oh geh weg geh weg geh weg dummer raketen ich habe auch nichts getan rakete ist hier jemand anderen das hätte ich gerne mich damit nochmal erwischt aber ich falle nicht unbegrenzt auf auf eine die selbe sache rein höchstens paar butzen mal ja ja mal den himmel hier säuber und tschüss alle weg alles weg alles weg was gar nicht zahlt raus weg nimm mal diese power line das ist immer ordentlich eine line warte diese warte aber jetzt kriege ich sie alle ja ich kriege euch alle ich bin der verrückte Massenmörder niemand kann mir leben entkommen niemand guck mal wie es drauf war wie es einfach mal drauf Moment gleich ja und tschüss dummes geschütz ha ist noch alle das geschützte wenn ich trau ne ich komme da nicht drauf glaube ich und das schirm alles aus hier noch spring doch vor sie wieder hoch hey habe ich eben ein leben bekommen ja ja power baby ja la ah geh weg geh weg geh doch weg geh weg pfft du bist ein erst nicht so weit weg jetzt treff' ich dich doch nicht mehr doch treff' doch ja nein vielleicht böser fisch ich hasse fisch ich habe ich mag steek gibt mir ein steak dass wir gigantische steek bekämpfen ein gigantisches weg das war doch mal ein kreativer posten ein steak so groß wie eine kuh ihr wisst schließlich werden steaks nicht aus kuhn gemacht angriff der riesen steek kühe scheiße gerade er frisst das frisst strom hier unter wasser was natürlich überhaupt nichts ausmacht denn ich habe einen strom unter wasser aushalt anzug an ach ich hätte die line benutzen müssen warum habe ich es nicht getan ich hätte eine ordentliche line ziehen müssen dann wäre das alles kein Problem gewesen naja 1 es kommt etwas zu spät was welchen winkel kann diese scheiß pflanze denn schießen ja mal gar nicht trefft sie mich hier nein vielleicht treffe ich sie ja hier ja ich treffe sie dauert zwar ein bisschen aber haben sie nicht eilig ach neun ich hab den stein da schon wieder vergessen nrg geh weg du auch aaa geh doch weg damit seid ihr auch gemeint geh mal wieder meine laserstrehen strillen ich zieh mir wieder voll die line rein doch er war schon alt bevor er neu war ja ein bisschen mehr leistung als die normalen billige elektroshocker aus dem baum auch hier da eben so Zum Glück bin ich die Muhe gegen Hey, Exit Ach, Scheiße Ach, Mist, so ein dummer Scheiß Tritt aber auch Wann geht's denn überhaupt noch, bis ich endlich mal draußen bin? Fische grüllen Seht ihr jedes Wesen töten Ah, ist ja noch so ein Fisch Geh, pfui Geh, pfui Ich hab doch nicht mehr so viel Energie Geh, weg Das muss irgendwann mal fertig sein, die Welt Haben die Entwickler sich nicht dabei gedacht? Oh, Scheiße Die Welt muss doch irgendwann mal ein Ende haben Wahnsinn, was? Schon wieder auf dem sechsten Platz, toll Ich glaub, das H war auch ich, oder? HG Ne, HG doch nicht War ich HG? Könnt sein Egal, wir haben noch 237.865,937354 7,7832 Hier geht alle wieder sterben Du gehst wieder aussterben Hier geht auch alle sterben Sterbt! Unbezuletten Narren Meine überlegene Überlegenheit Könnte ich nicht gestehen Ich könnte mal in den Himmel dieses Mal besser gucken Ich weiß nicht, dass ich jetzt gleich wieder sterben muss Ha! Ich hab's gesehen, wie ich diesen unglaublich schnellen Laserstrahl ausgewichen bin Man könnte fast meinen, ich hätte die Welt schon mal gespielt Aber das ist natürlich das erste Mal 763 Male davor zählen nicht Ah, da ist noch einer Ach, naja Was soll's? Man muss sich alles auch sammeln Obwohl, das glaub ich Leben Oder wie war das? Oh, Moment, da ist ein Klotz Was ist denn da schönes drin? So geht's natürlich auch Ah, ich bin noch viel mächtiger als die Wollst du vor Bin fast schon besiegbar Ui Fast wäre ich echt ungünstig gekommen Ich wäre fast gekommen, Süße Ah, es geht weg Ich bin nur ungefähr siebenmal so blöd, ja Nicht öfters Na komm Was geht's los? Ich lauf dir nicht runter Na also War doch gar nicht so schwer, oder? Guck ich da nicht hoch Ah Meine Arme sind zu kurz Äh, Arme, ja Ich spring dir auch immer über den Arm Ich bin dein Arschgesicht Ja, Power Ich hab Power, Baby Ah Richtig Power Richtig Power Power Und Power Und Shield Und Power Und Power Und Power Und Power Und Power Und Power Ach nein, diese weg Aha, nicht getroffen Ist voll schlecht Und ich voll gut bin Und der Rest Wow 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 Wie gesehen Ich bin ausgewichen Wie Wie ein echter Profi Ja Ja, das hörst du wohl gern, was? Aber ja Nichts ist Ich bin nämlich viel zu gut, dass ihr mich besiegen könntet Viel zu gut Viel zu gut Hast du gesehen, hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du einfach nur gesehen? Ich so und dann eher so und yeah Ich voll so voll gut Wäre nicht so voll gut, weil ich voll besser, ne? Wie ich immer besser wäre Schon besser als möglich bin Ach, scheiße Und da habe ich Power gefunden, ne? Nein, natürlich Boah, es dauert immer Also So Kanone gleich noch Ich hab die hier ganz wegblasen Zwei Milliarden in diesen Powerlines benutzen nie Ich spiele Ich spiele absolut richtig Es gibt keinen Fehler in der Essensweise, wie ich spiele Es gibt auch keine effizientere Möglichkeit zu spielen Ich merke nicht mal, was sie da tötet Oh, werdet rot und sterbt Ich hoffe immer, ihr sterbt, wenn ihr rot werdet Werdet Kommunisten und sterbt Werdet Kommunisten und sterbt Oh, alle Kommunisten müssen sterben Oder was auch immer das Spiel mir damit sagen will Das Spiel ist gegen Kommunisten Und es mag keine Fische Paul 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 First Paul 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 Abspal die sind schon grün höhe er ist keine chance kleiner keine chance sag ich dir der schießt glaube ich doch geht also so was ab ja ja das ist schon mal sehr sehr gut so kann es bleiben immer nicht so nah an mich ran kleiner ich habe nur drauf habe gesehen ich habe nur zack und dann zack und wumms und amaghetto und weltuntergang und wie ich echt nur vier leben haben nur eins verloren haben ich glaube sogar in eure kopfzeit so schnell hat noch nie irgendjemand dieser level geschafft moment das war jetzt nicht geplant es funktioniert nicht durch wände frisst das dumme pflanze als ob die pflanze mich stoppen könnte dumme pflanzenwesen hier hier fällt der stein gleich runter wie ich es einfach wusste oh scheiße Das war so nicht geplant, aber Oh, schöner Weg Ah, da oben gab es noch Dings, sag ich mich nicht hier in irgendwas zum einsammeln, oder? Ja, das hätte ich dann doch gerne noch Perfekt Glauben wir das benutzen Hat mehr Streuung und so Wie eine Schrotflinte, nur dass sie vollautomatisch ist Eine vollautomatische Schrotflinte praktisch Ah, weg da Ah, super stark Wow Das ist nämlich mal Durchschlagskraft Ja, da ist nämlich mal Feuerwalze So muss es immer sein Ist es nur leider nicht So, wir grillen wieder Fische Hey, nicht hier durch den Steinboden fahren Äh, fahren Kennt man ja Äh Die fahren Die schwimmen nicht, die fahren Ja Ja Komm, stirb Stirb Ich sehe hier oben nichts Nicht, dass ich jetzt gleich wieder zermatscht werde Geh Geh Ah Guck mal, Idioten Keine Chance Es ging mal überlegen Weil ich so interviewend Voll schlau bin, Alter Sogar keine Chance Mir genauso wenig Oder so noch mehr Vorsichtig Vorsichtig Ah Das ist jetzt unfair Das darfst du nicht Deswegen muss ich dich jetzt leider töten Wollte ich zwar gar nicht, aber hey Nein, wollte ich schon War gelogen Ich luch ständig Oh, Alter Ich dachte, ich werde gleich wieder zermatscht War ich das jetzt So Ja Hast du es gesehen Äh Drüben ist noch eins Das ich mich vernichtet habe Oh, Mist Einmal achtet man nicht auf die Decke Und dann passiert sowas Und tschüss Und auf Aus Ge weg Ge weg Ge weg Ge weg Ge weg Vorsichtig weiter Heyers Schießt sich auf mich Noch nicht Schau, bis besser aus Bevor seine Meinung ändert so vorsichtig weiter jetzt ja ich hab's gut wenn ich treffe irgendwas ich glaube die stacheln keine ahnung was das war töten muss töten und nicht denn raketen ausweichen und vernichten direkt noch ein leben weg verdammt und hoch und hoch trotzdem noch schafft mich zu berühren so ich kann jetzt entweder nach drüben was ich glaube ich gleich wieder lassen wäre wurde darunter wenn ich näher angeht das ist nicht hier fällt nichts kommt doch mal hoch ja schön kommt ein nach einem anderen das will ich sehr schön ist da kämpft hoch hoch du dummes ding ist kommt da hoch so war es nicht gedacht ok der fällt nicht runter das prinzip wäre schon mal zufrieden grüßen aah ich schon wieder zwei milliarden davon nein 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 weg oh ich bin hier so fertig jungs ich wäre schon am rad ha ha oh gott wie weit geht denn diese scheiß runde noch oh ne ach da sind auch mehr hä wie dem fels nicht runter ich hab da wartet der fels jetzt runter ne der fels nicht runter naja wo geht denn jetzt hin was ach komm ich war doch oben drüber kann ich so runter endlich mal zu ende sein und da oben noch extras irgendwas bei extras toll gehen wir uns mal anschauen noch mehr gegner und ich krieg dir nicht tot nein nein und so mächtig als das habe ich besiegen könnte geh weg nein ach man warum bin ich noch da drauf gehauen wie lange ist denn diese scheiß welt noch aah platz 4 hey ja ich würde gerne mal weiter ist bis das stage 2 kommen und wir sind wieder am Anfang boah das ist eindeutig viel zu lang viel viel zu lang viel viel zu lang viel viel zu lang viel viel zu lang ja komm ja komm Insekte die das Wesen töten Strom 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 ja lauf da alle mal rein ach komm schon lauf doch rein na gut lauf ich eben da rein komm doch dasselbe raus oh na weiter 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 immer schießen immer schießen je kött mich mal siehst ihr das seid nämlich total scheiße aber letztendlich werde ich gewinnen erstmal alles aufsammeln und den aufsammeln jedes wesen Nummer 1 alles aufsammeln so geht doch man 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 ja nichts kann ich stoppen hallo Stein ich bin intelligenter als ein Stein ich bin so stolz auf mich so stolz auf mich wie viele Leute können von sich behaupten intelligenter als ein Stein zu sein nicht viele ich habe noch niemand gehört der sagt ich bin intelligenter als ein Stein dieser Intelligenztest beweist es allerseits habe ich auch einen Stein gesehen der Intelligenztest gemacht hat hmmm seid ihr auch für Intelligenztests für Steine ich schon ich schon jetzt sagen wir erstmal alles auf was wir finden jetzt sind jetzt sind da keine ich bin weil Mist das wird einfach immer viel zu viel viel zu früh wieder aufgesissen ne wollte ich noch gar nicht du bist du mal weg ja der ist schon runtergefallen sehr schön so jetzt sind das bei Raketen wieder ausschalten nicht in den Stein laufen Steine sind ganz böse haben wir gefasst steckt niemand mag Steine Niemand 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 Raketen naja wenn ich es da hätte würden das schön so ein paar super Raketen wären schon schön das gesehen ich da einfach drüber durchgerollt bin ich meine ich hätte es schon mehrmals gemacht ich kann euch ja sicher nicht spielen die Hunde gerade zum ersten Mal hab die vorher noch nie angespielt das sehe ich euch jedes Mal gerne wieder wenn ich sie neu anspiele ha dummer Stein glaubt ihr den Wecker her können wir mich stoppen dann hat er vermutlich gar nicht mal so unrecht Power ich hätte gerne mal den Blitz voll aufgeladen aber das ist wohl nicht drin aber das ist wohl nicht drin ich kann sogar durch Steine schießen mit dem Elektroblitz ja sehr realistisch bum 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 was ist überhaupt da sind Kugeln drin das sie so explodieren Sprechstoff viel und reichlich also Kinder merkt euch mit einem Starkstromkabel im Wasser zu stehen ist überhaupt kein Problem ihr müsst euren stylischen Anzug dabei tragen dann geht das alles ohne Probleme machts am besten gleich mal direkt zu Hause danach ich hafte übrigens für keine Schäden ich hafte übrigens für keine Schäden die an euch angerichtet werden dadurch Schäden die an euch angerichtet werden ja stirb tot in Geschütztürmen wir haben schon in 10C nichts getaugt sonst hat sie uns hier was taugen gut dass es hier keine Obelisken gibt tötet die Obelisken tötet die Obelisken miauuu brauch ich ja eh nicht was da oben liegt das ist nur wertloser Müll und kaputt und wir nähern uns dem Boss mit Bällen die schimmelig sind I have balls of Schimmel yeah ich hab hier auch gleich einen Grafikglitch so leicht unter dem Ding ey das war nicht fair das ist noch viel weniger fair das ist noch viel weniger fair das war jetzt merkwürdig kam gar nichts raus typisch großes Fresse aufreißen und dann kriegst nichts dahinter Catbeer schön alle sterben bitte alle sterben danke das ist noch was auch immer Piranha Fisch ein fischlicher Fisch Fisch öpp ich will hoch jaaa jaaa ich bin voll aufgeladen ja richtig diese Piranha Ding die in einen unwirklichen Winkel schmeißen kann halt grüne Balls brauche ich wieder schimmelige Bälle ja liebe Kinder lauft immer mit ein paar dicken schimmeligen Bällen rum das ist jetzt Spiel starten ja nein muss ich immer unterbrochen werden mein Bruder die ganze Zeit sein kleines Baby durch die Gegend kam der nicht runter ach nein das war der andere die Gegenschlepp Toll genauso hässlich wie er ach fuck will er es ja nicht glauben womit killt man diese Blumen ach scheiße wie sterben du scheiß Blumen das ist ja echt zum kotzen muss ich hier alles aushalten nein ach die Steine schon wieder vergessen naaa nein oh super schon wieder sinnlos ein Leben verfeuert Geh pfui du scheiß Blumen hasse es man 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 wasserlich zwei geopfer naja ich hab doch noch ganz doll viel Weg vor mir ich hab immer noch kein Ende gesehen ich seh immer noch diese scheiß Exit Schilder ja schöne Sache ist das ach ich hasse Exit Schildern ich war noch nie ein Freund von Exit Schildern ich sollte Exit Schilder verbilden verbilden wer findet nicht dass man Exit Schilder verbilden sollte ich hab die Blumen jetzt ganz vergessen ich hab die Blumen jetzt ganz vergessen ach moan das läuft für der Scheiße es fing so gut an dann hat es ganz miserabel auch schon wieder ja nein hier guckt nichts ach geh doch mal alle weg die Kackfische niemand mag Fisch niemand das soll jetzt keiner wagen mich zu widersprechen wir sterben wir sterben wir sterben wir sterben nein ich brauch doch die Leben noch zum Boss komm ich inzwischen problemfrei toll natürlich erstmal so alles was sonst so rumkräutelt läuft ein Leben verliere ich noch weil ich zu wenig Zeit übrig habe dann noch ein Leben bei einem ja ja das hörst du wohl gern hast du ja dummes Ding das rumpelt immer so schön wie ich finde ass nein ich will noch ein Leben verlieren und da ist er oh das Ding da oben erschreckt mich schon mal oh stirb geh weg komm her und geh weg ich sollte auf einem Analogstick zu äh Analogstick genau damit soll ich ihn nur noch steuern beim anderen da bleibt er einfach mal stehen und guckte das ist voll scheiße ich weiß auch nicht warum kann ich mir mal erklären woran das Problem liegt ich lass die Laketen hier weg man ja sehr gut sehr gut erstmal alles aufsammeln was wir jetzt so kriegen können da unten erstmal aufrollen und mich dann sicher der Landeplattform habe Anfänger Mist da ist auch irgendwas jetzt nicht mehr da richtig da muss ich dann weiter da will ich glaube ich gar nicht weiter habe ich gesagt hier kann ich es unterfallen gut ja ich hab so viele Lines ich soll immer eine benutzen vielleicht komm hoch naja sie bringen halt nur nur sehr bedingt was sag ich mal na kommen wir hoch ja sie sind legend genug hoch zu kommen die nicht so die schon und die komm du schaffst das auch ich hab großes Vertrauen nein 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 leck mich weg weg morgen morgen ist einfach nicht wahr wenn ich da oben auf will ich ja glaube ich gar nicht ne oder bin ich da hoch vielleicht doch da hoch vielleicht geht's da oben was ganz geiles noch im Leben ne also selbst wenn es da ein Leben gibt das ist schön wenn die langsame der Ausgang käme also so allmählich wärs mal schön ja doch ich warte noch ein bisschen und dann gehen sie weiter in die andere Richtung und ganz Dauerfeuer als Dauerfeuer nur nicht aufhören zu Feuer ich sehe schon wieder ein Exit Schild ich wünsch das wir doch mal ein Exit sehen ist das denn schon ein komisches Geräusch das ist mir schon wieder so gar nicht gefallen weißt du das ok ihr geht mal weg ah wie soll ich das denn machen ich habe Zeit gefunden wow so war es geplant ja das sieht aus nach auch und so war es geplant ja Exit oh nein nicht noch ein Boss was ist das denn Steinplatte boah was ist das denn mieses wow ich leb noch ich hab ja max exit ok Beispiel 4 04 04 das ist mir gerade alles egal ist doch was ich habe gewonnen bomben bomben ok nämlich auch ihr arschgesicht jetzt stehe ich immer mit so wenig leben gerne was ist das denn schon der mieses ja ich würde die sache nicht aufsammeln ich bin klar zu spontan beschlossen ach ja leck mich ich starte da jetzt immer mit null leben oder oh ich bin auf platz 1 hier erfasst schon 300.000 punkte ja ich starte immer so das ist doch nicht euer ernst hier ist unser Hugo oh Gott wie soll ich das denn niemals schaffen so könnte mir wenigstens so ein zwei leben wieder geben oder warum kann ich nicht solche großen bomben werfen erkläre mir mal das jemand ja hallo sterbt ihr mal was ist das hier effizienter ich habe ja diese ja wie soll ich sagen wieso werden eigentlich die gegner nicht von diesen stein zermatscht ich glaube ich darf die zweite mission nochmal spielen ist das die ganze mission jetzt oder was da eben runter zu kommen ach ich vergesse immer wieder dass es hier keine großen kleinschreibung gibt dass das nicht funktioniert hier egal Carl wir haben mission 3 von irgendwie 9 erreicht oder war es 8 ich weiß gar nicht mehr Highscore ich vermute mal nicht dass das funktioniert wenn ich ein neues Spiel schreibe egal Carl das war es für heute mit Holly Kane wir haben Fortschritte gemacht so wiedersehen bis zum nächsten mal oben wir käensen fünf molto 17 21 19